ich wollte dich was fragen ja du was verstehst du jetzt persönlich unter bedingungslose liebe bedingungslose liebe ja das sagt das wort eigentlich schon ich stelle keine bedingungen wenn ich jemand liebe keine bedingungen an den anderen zum beispiel wenn du so bist wenn du so bist wie ich das will oder wie ich das gerne sehen würde dann liebe ich dich oder wenn du all das tust was ich gerne hätte dann liebe ich dich und das ist etwas das ist etwas was nichts mit wahrer liebe zu tun hat weil ich stelle an die liebe bedingungen und liebe wahre liebe ist immer frei ihre liebe kannst du nicht kaufen oder sonst was ja ja ich stelle mir das gerade so vor halt wenn ich jetzt in einer beziehung lebe und meine frau würde dann von mir immer gerne wollen dass ich dann zuvorkommen bin bei anlässen zum beispiel gut angezogen bin aber ich möchte zum beispiel jetzt gar keinen anzug tragen sondern ich möchte gern vielleicht eine jeanshose kommen oder meine haarfarbe zum beispiel vielleicht grün haben sage ich jetzt meine und meine freundin würde dann sagen nee so gefällst du mir nicht und ich aber in mir aber etwas spüre halt dass ich es gerne machen möchte und ich spiele oder meiner freundin etwas vor halt wo ich eigentlich gar nicht hinter stehe hauptsache ich werde von ihr geliebt und akzeptiert und aber in gründen genommen lebt ja dann meine freundin eine in einer illusion kann man ja schon so sagen oder was meinst du ja dann lebt sie wirklich eine illusion aber da kommt es ja auch auf dich drauf an ob du die illusion bestehen lässt oder ob du nicht sagen solltest du meine liebe weißt du eigentlich weißt du so richtig aus dem herzen heraus würde ich ja dann sagen du ich habe ich sehe das so ich würde gerne mal grüne haare haben also und ich gehe nicht gern so in einem anzug ich mache das überhaupt gar nicht einfach deine eigenen ehrlichen echten bedürfnisse auch deine freundin erzählen darüber reden ich finde das ist erstmal auch unwahrscheinlich wichtig damit der andere überhaupt weiß dass es so in dir aussieht ja aber wie soll ich denn mich verhalten wenn ich bedenken habe mich wirklich echt zu zeigen weißt du weil ich habe ja auch dann angst sie zu verlieren ja das ist weit verbreitet das fängt schon oft in der kindheit an dass kinder so sein wollen wie die eltern sie gern haben würden weil das kind in jedem fall anfänglich geliebt werden möchte dann wird das alles austesten wo es dann anerkennung bekommt und liebe und wenn du so reagierst jetzt noch dann hast du das natürlich schon mal irgendwann gelernt und meins das müsste immer noch so sein und traust dich nicht traust dich nicht einfach die auszudrücken und so sein wie du wirklich bist ja weil ich muss mich in dem moment zeigen outen wie ich wirklich fühle und ich muss auch das risiko dann eingehen dass mich die anderen dann nicht mehr so lieben dann müssen wir aber klar darüber sein dass ich dann echt bin und ich bin echt wenn ich mich selbst liebe und das ist wieder die selbstliebe die auch unwahrscheinlich wichtig ist dass ich mich meinem gefühl so ich bin anerkenne und liebe und dass ich nicht in eine erwartung reingehe oder eine erwartungshaltung meinerseits oder aber auch die erwartung meiner eltern oder später meiner familie oder meiner vorgesetzten irgendwo im job dem entsprechen will da bin ich immer unfrei und hier beginnt die persönliche freiheit die wir alle anstreben sollten den freien willen und die persönliche freiheit zu leben und die beginnt dann wenn ich wirklich mich liebe ehrlich zu mir selbst bin und diese ehrlichkeit auch nach außen zeige auch mit dem risiko dass ich denn so nicht mehr angenommen werde aber dann was sowieso keine liebe also meinst du dass es keine wahre liebe wenn sie mich nicht so annehmen wie ich bin im grunde genommen und ich würde ja auch ja mein eigenes gefühl wie ich mich fühle will ich ja unterdrücken und ich merke ja auch so selbst in mir das tut mir nicht gut verstehst du ja was ich meine ja wenn ich immer eine ja eine rolle aufsetze ein wie eine maske aufsetze und ich spiel ich spiel den mein gegenüber mein mitmenschen spiele ich einfach nur etwas vor dabei fühle ich ja ganz anders genau und sein ratschlag ist ja einfach ja trau dich trau dich echt zu sein wie du fühlst gerade das ja meine eigene dann auch wie ich das verstehe meine eigene innere befreiung richtig genau und das ist die erste innere befreiung meinst du dann das wird mich glücklicher machen in meinem leben in jedem fall wahres glück vom herzen her von deinem gefühl her das fühlwesen dieses ja das dein gefühl dein herz nicht mehr zu unterdrücken und heutzutage auch schon immer nicht nur heutzutage wurde den menschen gelehrt hauptsächlich den verstand zu leben sich ordentlich zu benehmen zu lernen schlau zu sein das eben was die gesellschaft dann für merkmale aufwies wie einer sein sollte um anerkannt zu werden das ist das problem was schon ganz lange da ist und die zeit aber jetzt es wird immer deutlicher und bewusster dass es darum geht wirklich sein herz und seine gefühle zu befreien und wieder echt zu sein und das auch nach außen zu bringen du wirst auch von gott so gelebt wie du bist ja da muss ich nicht verstellen ja da kannst du so sein wie du bist schau doch mal die tiere an schau doch mal schau doch mal deinen deinen liebsten hundefreund bulli an ja wie er einfach so ist wie er ist er ist rumpelig er ist knorrig er freut sich er zeigt alles er zeigt seine emotionen er zeigt seine enttäuschung er zeigt seine trauer er zeigt seine freude er zeigt wenn er essen will und er hat keine probleme damit sich irgendwie zu verstecken und wir haben doch in uns über unseren körper über unser gefühl sind wir doch auch mit den tieren verwandt schau kinder an wie sie noch agieren ehe sie dressiert werden wie auch dressierte tiere nachher anders reagieren einfach ich meine ich spreche von der freiheit von der freiheit der wahren persönlichkeit wenn die in liebe agieren kann dann muss sie nichts unterdrücken ja dann durfte sie auch mal zeigen wenn ihr mal was nicht gepasst hat wenn sie mal schlecht drauf war sie durfte auch mal ihre 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 wut auch mal zeigen ja ohne jetzt immer dafür gemaßregelt oder sogar bestraft dafür zu werden weil irgendwann will das mal raus es will sich mal zeigen und dann kann es auf eine ganz dumme art und weise aufgehen wenn das zu lange unterdrückt wurde alles die wahren bedürfnisse das wahre selbst des menschen gibt es bloom mustard 1 5 lefs 9 10 11 10 10 10 11 12 12 Untertitelung des ZDF, 2020